Sura 110 An Nasser, die Hilfe, offenbart zu Al-Madina 3 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers des Barmherzigen. Wenn die Hilfe Allahs kommt und der Sieg und du die Menschen zur Religion Allahs in Scharen übertreten siehst, dann lob preise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Er ist wahrlich der, der die Reue annimmt. Und das ist wahrlich der, da die Hilfe, den sieg und du die Menschen zur Religion Allahs in Scharen übertreten siehst, und der sieg und du die Menschen zur Religionuellen. Vielen Dank.